Am Samstag, den 23. März, war in Nürnberg eine Demonstration gegen die neue Urheberrechtsreform des EU-Parlaments. Lieber CDU! Lieber CDU! Lieber CDU! Lieber CDU! Ich bin hier wegen Artikel 13, weil das EU-Parlament und vor allem Axel Voss haben halt so Sachen beschlossen, die so wie sie sind für uns nicht richtig sind. Wir möchten halt, dass eine Urheberrechtsreform geschaffen wird, die für alle gut ist und nicht nur für die großen Konzerne. Das Ding ist aktuell ausgehandelt, da kann man nicht mehr sehr viel machen. Das heißt aktuell ist Nein die einzig richtige Antwort. Man kann zu Demonstrationen gehen, zum Beispiel sich im Internet auch dagegen äußern, wie zum Beispiel auf Twitter oder so. 4,7 Millionen Mal unterzeichnet wurde, während die EU-Abgeordneten dazu aufgefordert, die Abgeordneten der Europäischen Union kamen die Wortmeldung aus.